Ich war ja letzte Woche in Berlin. Und wir waren Samstag einkaufen, als wir in Berlin angekommen sind. Und dachten uns, wenn wir zu Hause einkaufen gewesen, hätten wir alles gekriegt. Ja. Und so... Das ist auch beinahe nichts mehr. Das ist alles mehr. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erzestot. Wir haben übrigens die Schweinepriesterin. Oh yeah. Ja, weg hier, weg hier, weg hier. Aber das ist mit dem nichts mehr bekommen. Wir waren letzte Woche Samstag im Kaufland in Nürnberg. Das war schlimmer als Weihnachten. Ja, glaub ich. Geilig. Dann war ich am Montag im Kaufland in Neumarkt. Ihr war ganz klein. Da war es dann auch noch. Da waren dann keine Leute mehr, aber auch die Waren waren relativ wenig. Was ist denn für dir? Was ist denn bei dir? Nö, 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 nö. Da habe ich gerade... Ne, da habe ich zuschrone. Goddair, Rzlich gut sagte, was ich Inteаешь sonst nochas gelaufen habe. Ne, äh... Ich bin direkt an ihr vorbei gelaufen. Ja. Hier habe ich auch. Und dann letzte Woche Freitag war ich dann hier im Rewe, der in der Mall steckt, wo eigentlich auch lauter andere Läden sind. Die anderen Läden sind natürlich alle zu, abgesehen von der Post und von dem Thailänder. Und ja, wie soll ich sagen, da war alles da und keine Leute. Und daher habe ich relativ gute Hoffnung, dass ich hier einen Punkt gefunden habe, wo man überleben kann. Dawn of the Dead macht es vor. Genau, wir gehen ins Winchester. Falscher of the Dead. Ja, aber Dawn of the Dead ist auch sehr geil. Okay, wir retten deine Freude und dann gehen wir ins Winchester. Trink ein schönes, kaltes Bier. Verdammt, ich dachte, sie rennt einfach vorbei. Nee. Ich habe übrigens hier Toten zerstört. Ja, ich habe auch einen Toten zerstört, aber nicht hier. Falls wir one hatten, one hatten. Ich habe es zumindest nicht bemerkt, dass wir one. Aber so ein Toten kann ja noch andere Dinge machen. Ja. So, so. Nicht mal. Okay, das mag es nicht. Ich will zwischen Folgen, die ich habe gerade die Fehler. Na, das ist etwas schiefgelaufen. Was muss ich später noch machen? Du darfst immer dem Kinder in die Nase, oder? Hey, häng mich. Ja, aber das sagst nicht nur du. Das sagen auch andere Leute. So, ich mag das, Marcel. Irgendwie schon fünfmal hier, Marcel, verdammt. Ja, ich glaube, sie ist tatsächlich nicht so... Meine Kisten. Die Toolbox ist schon wieder leer. Das gibt es doch nicht. Aber eigentlich bei mir und das Weckerland. Was? Ich war eigentlich bei mir und das Weckerland. Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht ist das ja so jemand von... Oder der Killer ist einer, der... Ich lasse sie bis auf den jetzt den Generator alles machen und dann jage ich sie erst. Oh, die sind dann... Ich meine, die Challenge muss ja sein. Und es gibt ja auch extra Punkte dafür. Oh, wirklich? Hab ich. Mhm. Sie kommt gerade übrigens nur zu dem Generator, der zuletzt fertig geworden ist. Hm, geht schon weg. Ja, ich auch. Deswegen hab ich sie gesehen. Ich hab einen Generator im Braut mit. Oh, hier ist leuchtendes Tote. Noch eins? Ja, anderer Perk. Offensichtlich nicht, Uri. Hm. Kann sein, dass das Leuchtende Totem ein Fluch ist. Soll ich? Ich weiß es nicht. Ich hab einen... Ich hab einen... Mit vier kleinen Totenköpfen. Ich hab auch einen Leuchtenden Bestrücken gefunden. Gute Nacht, Schlafgut, Riggi. Ich kann dir nicht sagen, ob du schon die Maschine nötig bist. Ach, die Nacht, die Runde ist schon schön. Dann bin ich. Hm. Ja, das war... Jetzt sind wir gefährdet. Doch, um das. Ich hab einen Tote zu viel genommen. Jetzt hab ich sie tatsächlich nicht mehr gesehen. Okay. Also jetzt kann ich auch. Gut Nacht, Riggi. Ja. Ich hab sie tatsächlich jetzt nicht mehr gesehen, wo sie auf einmal hinter mir stand und mich gegriffen hat. Very strange. Zwei Autos macht Generator. Einer macht noch einen Generator. Ich komm zu mir. Danke. Danke. Äh, komm wieder zu dir. Ja, sie schleicht mal ein. Ich seh sie durchs Mais. Durchs Mais. Deutsch. Sehr gut. Sie ist jetzt grad wieder bei mir. Hab ich gesehen. Ja, ich häng noch. Deine Maske hab ich auch noch an. Oh, meine Maske piept. Yay. Yay. Das Beste, was einem so passieren kann. So, ich schieb mir nie her. Komm, Schlüssel, 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 Schlüssel. Nee, ich schlaue noch mit Filozien. Der lag nicht halt aus. Geh nach unten, wenn er noch nicht fertig ist. Gibt's ein Level 2. Ach, ich glaube. Lass mich feiern, dich. Okay, da steht noch hinten und macht noch nichts. Aua. Entschuldigung. Nächste Level 2. Kommt jetzt. Oh ja, toll. Das ist irgendwo hier in der Nähe. Beat wieder mit 3. Schon mal links gefunden. Um mich selbst zu machen. Das ist irgendwo hier in der Nähe. Keine Ahnung. Das ist natürlich das Ding, wo ich direkt neben Gehangen habe. Na, super. Ich komme nicht mehr sehen, wer es denn wieder kommt. Das ist wohl gerade sagen. Beim kaputten Bager, Erntemaschino. Äh, ich glaube, eine Scheune. Puh. Wo? Scheune? Ach, hier hinten. Der Kille ist auch vorne. Der Kille ist auch da? Okay. Hey. Hi. Ja, dachte, dass ich jetzt Krioke mehr. Oh, wir können raus. Ja, dann. Bembel, was ist mit dir? Bin am anderen Tor. Alles klar, dann. Könnt durch. Aber das war eigentlich fast ein Kopfplatzer. Ja, leider nur fast. Ich meine, ich weiß schon, was du meinst, ja. Aber den Backwerkzeugkasten nimmt man trotzdem mit. Lustig. Was ist mit? Nein. Genau.